So Freunde, geht's euch gut? Willkommen zu einem neuen Skill-Video, die jetzt mal Nito Freeze Blade. Genau, die Special-Exklusiv-Figur. Und einige fragen sich jetzt, warum skillt ihr den nochmal? Ja Freunde, ich hab ja in der letzten Skillung von ihm gesagt, wenn ihr die anderen Wege auch sehen wollt, dann ab damit in die Kommentare. Und viele haben gesagt, ja klar, her damit. Und da war eigentlich auch klar gewesen. Und da dachte ich mir so, komm, mach's halt mal fertig sofort auf dem Freien, damit ihr nicht so lange warten müsst. Und was mir aufgefallen ist, was ich ganz cool finde, wenn man hier so springt. Das sieht aus wie so ein Sheetspringer da. Wisst ihr, was ich meine? Die da von dieser Schanzenspringer da. Das sieht richtig gut aus. Finde ich richtig gut. Und ja, also für die, die das erste Skill-Video von ihm noch nicht gesehen haben, unten in der Beschreibung ist der Link dazu verlinkt. Und jetzt Freunde, fangen wir natürlich an mit den ersten beiden Attacken. Ihr kennt das Spielchen. Oben ist der Chakramwurf. Drücke 4, um eine eisige Chakram zu werfen. Und unten ist es der Eisschnellläufer Drücke Kress, um eine kurze Distanz vorwärts zu springen und Gegner im Weg Schaden zu zufügen. So. Sieht wie folgt aus, Freunde. Zack, zack, zack. Hier 30er Schaden. Schon auf dem Freien mit den Chakrams. Und hier bei Eisschnellläufer 16er Schaden, wenn wir dann die Gegner rammen. So. Dann fangen wir an, würde ich sagen, zu skillen, zu verbessern. Und wir legen los mit der frostigen Eiszapfen. Drücke Dreieck, um einen Eissplitter auf Gegner abzufeuern, der sie einfriert. So, das Ganze sieht wie folgendermaßen aus. Und zwar haben wir hier so einen blitzschnellen Eisschuss, den er macht, außer Augen. Und zieht jetzt schon auch 30er Schaden ab. Und an dem Figürchen hier kann man das nicht sehen, dass man die einzieht. Aber ihr seht es hier, für so eine Sekunde können wir Schafe einfrieren. Und, ähm, ja, das ist natürlich schon ordentlich cool, dass wir damit dann Gegner einfrieren können. War nur eine Sekunde, aber in der Sekunde können wir halt nochmal schön ein draufballern. So. Danach haben wir Eiszapfen. Chakram erhält eine neue Eisschicht, wodurch Angriffe mehr Schaden bewirken. So, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ihr seht es, ähm, dort ist diese Eisschicht jetzt anders. Ist mehr so Eisdampf. Ihr seht es da. Und so so Kälte, Frost. Ihr wisst, was ich meine. Und dem zieht jetzt 6 Schadenspunkte mehr ab. So, dann haben wir einmal den Kältewirbel. Halte 4, um die Chakram aufzuladen. Lasst wieder los, um sie zu werfen. So, das Ganze, bevor wir uns den Weg wählen, sieht wie folgendermaßen aus. Wir halten hier gedrückt. Ihr seht es hier. So, wir können auch so lange aufladen, wie wir wollen. Das wird aber nichts daran ändern. Dann geben wir Gas. Und ihr seht es, ähm, ja, diese Chakram sucht sich ein Ziel. Und auf diesem Ziel bleibt sie dann, ähm, ja, ein bisschen und zieht immer 12 Schaden ab. Also, sie sind auf jeden Fall definitiv über 50er Schaden. Aber man sollte bedenken, man muss sie erst aufladen. Und in der Zeit kann man natürlich hier schon ordentlich seine Chakrams werfen. Ja, ist immer so eine Sache. Also, muss man immer abwiegen, wie viel Zeit man zum Aufladen hat. So, dann kommen wir zu den Wegen. Und zwar haben wir beim ersten Video Schneesturmklinge geskillt. Und jetzt sind wir bei Eisbildtower. Friere Gegner mit neuen starken Gefrierstrahlfähigkeiten in ihrer Bewegung ein. So, das Ganze sieht wie folgt aus. Vermahle schneit. Haltetreieck, um frostiger Eiszapfen aufzuladen. Lasst wieder los, um einen ganzen Bereich einzufrieren. Das heißt, ähm, ja, jetzt können wir wirklich die Chakrams aufladen. Jetzt machen wir das dann halt über Dreieck. Werden wir mal sehen. Ja, da sehen wir es nämlich. Dort guckt er durch die Chakrams. Und durch die Chakrams haut er auch ordentlich da so einen raus. Zieht 30er Schaden ab. Und ihr seht es, die sind, ähm, die Gegner sind jetzt dann für längere Zeit eingefroren. Da hat man es gerade bei den zwei Schafen gesehen. Also, jetzt mehr Schaden bewegt es auf jeden Fall nicht. Aber ihr seht es, die sind dann ja eingefroren. Und dann kann man noch ordentlich draufhauen. Also, jetzt sind die so zwei, drei Sekunden halt eingefroren. Ist jetzt nicht sehr, sehr viel mehr. Aber, es ist doch schon ganz gut für Duellkämpfe. Und so kann man ganz schön den Gegner ärgern. Dann haben wir cool, dich kennenzulernen. Frostige Eiszapfen und Vermahle Schneid. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Vermahle Schneid. Ähm, bewirken mehr Schaden. Okay, schauen wir mal. Frostige Eiszapfen. Bei 30. Und Vermahle Schneid war auch 30. Dann haben wir jetzt 40er Schaden. Und beim Aufladen haben wir auch 40er Schaden. Und das muss ich aber sagen, habe ich gerade gar nicht gesehen. Guck mal an diese Reichweite davon. Zack, die geht ja über drei, vier Gegner. Das ist ja schon ordentlich krass. Da habt ihr es gesehen. Das zieht jedes Mal 40 ab. 60er ist der Maximalschaden. Das ist natürlich schon eine ordentliche Nummer, sag ich mal. Deswegen, also das passt schon. Zack. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wenn man mich jetzt fragt, bei dem oberen oder unteren Weg würde ich immer auf den oberen Weg machen, weil diese Schakrams finde ich doch ein wenig besser. Dann haben wir Winter-Schakram. Schakram-Angriffe haben eine erhöhte kritische Trefferschance und verursachen zusätzlichen Frostschaden. Das ist damit auch seine Seelensteinfähigkeit, die Freeze Blade erlernen kann. Und jetzt kommen wir dann zum unteren Teil. Und zwar, Eisspur. Beim Sprinten bleibt eine Eisspur zurück, die Gegner verlangsamt. So, das sieht wie folgt aus. Hier sehen wir es, diese kurze Eisspur ist nicht sehr lange da. Aber halt, gehe ich dazu verlangsamt, ist das schon ganz schön ordentlich. Dann haben wir Gletschermantel, verstärkte Rüstung, hart wie ein Eisblock. Dann haben wir Klingenschmetterling, alte Kreis für einen schicken Eislauf-Trick, der bei allen Gegner in der Nähe Schaden bewirbt. So, bevor wir den anderen Weg wählen, werden wir uns natürlich das erst einmal ansehen. Und zwar sieht das wie folgt aus. Wir halten mal Kreis gedrückt. Und da seht ihr es, zack, tritt er so mit seinen, ähm, ja mit seinen Tiefen. Heißt das Tiefen? Ich glaube, ja. Aber, ähm, zieht 36 Schaden ab, also ist doch ganz schön ordentlich, ne? So, und ich bin der Meinung, ich habe gleich wieder zu wenig Geld. Das soll aber nicht das Problem sein, dann werde ich gleich eben ein bisschen Geld besorgen. So, wir hatten bei dem letzten Video Eisläufer gemacht. Und jetzt werden wir Spurfrost machen. Sprint umher und hinterlasse eine frustige Spur, die Gegner, in die darin gefangen sind, Schaden zufügt. Und das sieht wie folgt aus. Drücke Kreis zum Sprinten. Du hinterlässt jetzt beim Sprinten an Eisläufer, die Gegnern Schaden zufügt. Okay, das werden wir uns natürlich einmal ansehen. So, habt ihr es gesehen, da war der Maximalschaden 23. Und so ist es 15er Schaden. Also man sieht auch, dass diese Dummies sich jetzt hier langsamer bewegen. Und dann nochmal eine 15er Schaden, ähm, also 15er Schadenspunkte halt durch diese Eisspur bekommen. So. Dann haben wir heißes Eis. Blitzfrost bewegt mehr Schaden. Ganz übler Gefrierbrand. Okay, gerade hatten wir dann 15er und 23er. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt hier an Schaden haben. Ja, jetzt haben wir 20er Schaden. Maximalschaden kriegen wir den auch noch hin. Ah, hoffe ich doch mal. Da war er, 30er. Also hat sich das einmal um 7 und einmal um 5 Punkte erhöht. Also ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, jetzt fehlt mir 2000 Geld. Das sollte kein Problem sein. Zack, zack, hol ich mir mal eben schnell Geld, Freunde. So, Holzhausen. So, und für die Leute, die sagen, ähm, ja, Nitro Freeze Blade ist schon cool so als Exklusivfigur. Ne, gefällt mir optisch und ich möchte dich gerne haben. Den gibt es nur bei Amazon und den Link zu Amazon oder Amazon, so wie ihr es nennen wollt, ähm, bekommt ihr unten in der Beschreibung, Entschuldigung, dann, ähm, klickt ihr da drauf. Kommt direkt zu der Figur, könnt ihr dann auch direkt bestellen. So, jetzt muss ich die mal, muss ich den Mufus mal wieder hier reden lassen. Das finde ich doof, ne? Was hat schon tausendmal gemacht und jedes Mal erzählt der dir ein, ne? So, Geld holen. Zack, zweiter Pet. Zack, Drohwort drauf. Ja, für die Leute, die diesen Geld-Trick nicht kennen, da brauchen wir diesen Himmels-Diamant für, aus diesem Popcorn-Adventure-Paket, ähm, Tower of Time. Und, ähm, kann ich euch ja auch unten mal verlinken, das Video und, ähm, das Adventure-Paket. So, und dann müsst ihr hier Schaden machen und durch diesen Schaden lässt, ähm, dieser Dummy dann Diamanten fallen oder die Gegner und dadurch erlangt man dann halt seine Moneten. So, geht ganz schnell. Ihr seht das hier, eigentlich habe ich jetzt schon genug, aber ich ziehe jetzt mal eben hier noch schnell durch. So, zack, haben wir genug. Alles klar, passt. Machen wir mal hier weg. Und du gehst auch weg. Danke dafür. So, jetzt können wir uns auch die untere, ähm, Seelenstein-Fähigkeit erlauben. Bist du bereit, physische Perfektion zu erreichen, die es... Und zwar lautet die Eisbergausdauer, Sprinten bewirkt mehr Schaden und wird nicht unterbrochen, wenn man angegriffen wird. So, wir hatten ja b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b- Ich muss sagen, wenn ich einmal nochmal schnell gucken will, okay. Ja, ich muss sagen, also für den unteren Teil finde ich definitiv also das, was wir jetzt geskillt haben, besser. Weil man trifft so den Gegner, der ist vereist und dann nochmal diese Eisspur, da ist er ja direkt drauf, kriegt dann auch nochmal Schaden, also das ist schon ordentlich effektiv. Da ist besser als das andere da, wo man dann einen rammt und dann, ja, ist da so eine Explosion, ist schmachsinnig. Und da muss ich sagen, oberer Teil finde ich definitiv den Chakramweg besser. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen Weg ihr besser findet, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. In dem Sinne, Freunde, jetzt bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und, ja, wie gesagt, alle Links vom ersten Video, vom Geldvideo, von den Amazon-Links, findet ihr alles unten in der Überschreibung. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.